Achja, was wir aber überlegen müssen ist, der Mais kann man im Sommer und im Herbst anpflanzen. Ne? Das geht nämlich auch. Das ist eigentlich ein recht großer Vorteil. Oh, wir wollen hier was von uns. 20 Körperohr für Klein. Alter, verpiss dich. Was zahlt er? 240, aber wir können es ihm nicht abkaufen. Was? Für 20 Kupferohr? Ja. Ja, voll in der Latte, Alter. Weißt du, dann verkauft er es uns für, weiß ich nicht, wie viel wird er. Oh, ein Buch. Ich check erstmal die Mülleimer ab hier. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir uns mit einem Scheißweg um die Leute hier kümmern? Welche Leute? Genau die. Ah, ich freue mich schon, wenn wir jetzt eigentlich die Sings zum Laufen kriegen. Ich hoffe, du findest den Feuerquartz, aber ich glaube, er ist schon eben nicht tiefer. Ich glaube, 80 oder so, das müsste es wahrscheinlich geben, ne? Ah, jo, er mag das noch zu. Ist auch so ein Mist. Du könntest gucken, vielleicht hat die Händlerin den. Oh, stimmt. Ja, da gehe ich gleich hier erstmal kurz zum Kleinen. Ich gehe gleich noch eine. Und zwar jetzt. Hi, Client. Fertig? Das ist jetzt kacke. Nein, das ist erst morgen fertig. Okay. Ich immer zur Händlerin, ne? Ja. Die mit dem Nilpferd, mit dem lilanen, meinst du? Genau. Okay. Ja, die Ebene ist gerade kacke. Echt? Ja. Okay. Guck mal. Danke, das sieht gut aus. Der Händler ist heute interessant. Nichts? Sorry. Was? Ja, ich weiß nicht, ob er im Markt offen ist, aber ich mag den nicht. Ich will ja nicht rein. Ich will ja nicht rein. Ich will ja nicht rein. Dann kann ich morgen nicht zur Bine gehen im Grunde. Was? Die nächsten Tage. Ja. Weil dann macht er... Dann gehst du angeln. Ja. Du könntest aber dann eins machen, ein bisschen organisationstechnisch was machen. Und zwar, ähm, Dings erledige. Dings? Äh, zur Dingskirche gehe. Äh, ah ja, da ist sie. Juhu! Äh, Garlic Seeds verkauft die für Silberhundert. Alter, das schon knallen. Sandfish verkauft sie, Posi. Den brauchten wir, glaube ich. Ja, kauf ich. Zumindest besser als, äh, 40.000 erstmal auszugeben. Ja, und sie verkauft halt einen Quality Springer für 2.250. Ich glaube, da sind wir, äh, da sind wir günstiger dran. Äh, nicht... Nicht ganz günstiger, wie wenn man... Was ist meine... Wenn wir das Material dafür kaufen, sind wir teurer dran. Äh, ne, fast genauso. Aber ich seh jetzt nicht einmal. Da gieße ich vorher. Ich hab morgen die Gießkannen. Scheiß drauf. Ja, in Juliama kann man, glaube ich, noch reingehen. Da, da, da passiert noch irgendwas. Da wird noch irgendwas getriggert, ne? Dann gehen wir da mal kurz hin. Ja, dass du da Mitglied werden kannst. Oh, ich hab beim Client nicht Dings. Ach, ich kann beim... Ich bring doch eh nichts. Ich kann beim Client eh grad nix machen. Weil der noch meine Gießkanne hat. Dann sagt er, ey, nö, nö, ich bin noch am Arbeiten, wo ich im Lade gerade rumstehe. Ja, dann nehme ich sie wieder mit zurück. Dann nehme ich sie dann mit. Okay. Ja gut, ich geh ja morgen eh nochmal hin. Ja, ich geh ja dann auch mit. Okay. Ja gut, im Grunde an sich ist ja dann egal. Ja, die kosten so viel. Hierher sieht's. Muss ich ein bisschen auf unser Geld achten. Der ist nicht wie im anderen Spielstand, wo man einfach willkürlich irgendein Scheiße kaufen, weil man da einfach unendlich Geld hinzug sehe. Noch ein bisschen Luft bei sie müssen wir. Ach, Joja-Markt wollte ich, genau. Da kommt ja jetzt auch noch eine Szene oder sowas, wenn ich es richtig weiß. So, hallo. Nee, gar nicht. Oh, cool, die haben aber ein Schild und Wallpaper. Läuft. Ja, die verkaufen hier Sachen echt günstiger. Nee, Potato Seeds kostet einen 62, die sind teurer. Die kostet beim Linus äh beim Pierre 50. Nee, nee, die sind te... Alter die sind echt teurer. Die sind teurer. Vielleicht brauchen wir die Rare Seeds. Oh, ein Chewing Stick? Jaaaa, ich hab was für Gunther, endlich mal! Hi Gunther. Donuts fürs Museum. Ich merke es einfach jetzt langsam. Ich meine, mein Rucksack ist jedes Mal voll. Ja, das kommt auch noch. Alles cool. Boah, ist mit Bücher lesen. Ich habe ein Schwert. 18 bis 27. Damage minus 4 Speed. Nee, ich kann es behalten. Ja gut, dann verkaufe ich. Meins ist besser noch. 18 bis 27. Ja, meins macht 12 bis 25, aber hat nur minus 2 Speed. Ja gut. Also ist eine DPS höher. Ja. Wann macht denn das auf? 14 Uhr die Hälte gilt. Ich kenne die Ecke, die Öffnungszeiten, bald schau auswendig von allem. Du, wann sie nicht offen haben, das weiß ich jetzt nicht. Ja, hüpf du Luder, hüpf, kleines Kind. Juhu. Die haben noch gar keine Rare Seeds, guck. Da sind gar keine da. Ach doch, da. Ah, Aquamarina können wir sogar schon abgeben und die ganzen Sachen, ja. Okay. Okay. Ich sehe aus wie ein Priester aus Killing Floor, fällt mir gerade auf. Wenn ich so seitlich lauße, hier so aus hätte ich so ein weißes Ding dran, aber das wäre eigentlich ein Teil vom Hals. Oh, da kann man ein bisschen was klopfen. Hab noch Platz. Sehr schön. Es kommt schon, mach auf, ein, in den letzten Minuten und rein. Ja, den müssen wir auch noch vergrößern, unsere Hühnerfarm, ne. Ja, also, da ist jetzt was gerade langsam echt heftig, ne. Alter, was machst du? Warum? Ach so. Hatten wir gerade eben nicht 15.000? Ja. Geil, ich habe Schwerter verkauft und jetzt hier noch Geld ab. Nee, mehr was. Ach so, nee, ich habe noch was gekauft, sorry. Aber ich kann den Sandfisch abgeben, das mache ich kurz. Ach, im Community Center war ich auch. und habe was gekauft. Ähm, 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 meine Rewards abgeholt. Ähm, Museum meine ich, Sorum. Gab es ein neues? Also stand bei dir ein New Dings, oder? Ähm, ja. Glaub. Da kann ich auch nochmal vorbeilaufen, wenn ich es zeitlich schaffe, zumindest. Da sollte ich die haben. Letzter Tag vom Frühling hier. Yay. Spannungssteig, was passiert nun? Ach, das ist ein Ness. So, ihr Lange, grüßt euch. Wo war das eigentlich? Sandfisch? Ach so, ja, klar, logisch. Exotisch. Auch ist ein Fisch. Nee, exotisch hast du gesagt, ne? Exotisch, ja. Speziality-Fisch. Speziality-Fisch. Ah, ein geisteskranker mit dem Hut. Komm, ich schenk dir Brot. Ah, das ist sweet. Thank you. Ah, gerne, gerne. Die freut sich, weil ich ihr eine Baguette-Stange aus Müll geschenkt habe. Ist doch toll, oder? Das ist schon ein bisschen widerlich, aber okay. Übel. Hä? Was? Was sind die Pantry? Wat? Die Pantry. Wat? Keine Ahnung. Pantry, nein, das ist die so nicht Pantry, hört mal. Bulletin-Board, genau das. Ach, dieses Board irgendwo, oder was? Hä? Da Bulletin- Na, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, gut, ich hab's. Das ist einmal... Ja, den Chub können wir doch noch gebrauchen. Na gut. Echt? Für? Äh, für den komischen Typen hier, den, äh... Das ist, äh, das Field Research Bundle. Ach so, ja, gut. Ja, dann geh ich noch ein bisschen angeln, vielleicht krieg ich noch einen. Das ist sowieso nur Friendship-Ding da, so nicht wichtig, an sich. Ja, gut, aber dann haben wir's. Ich guck mal, vielleicht krieg ich noch einen geangelt. Hab ich noch so weit? Ey, hab ich noch brutal viel, dann geh ich. Ich hab ja noch 215 von 270. Ja, ich war halt faul, haben wir nix gemacht. Wer bist denn du? Äh, aus der... Nach unten rauslaufen aus der Farm. Ganz unten durch. Da steh ich grad. Am River? Ja. Okay, dann geh ich nämlich oben mal angeln am, äh, See. Und hoffe, dass einer von uns beiden das schafft noch. Das haben wir ja noch. Ja, ein Chop beißt eigentlich relativ oft da hin, also von da her. Fisch, 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 Fisch. Perfekt. Nee, hab nur einen Sandfisch. Und... Ja, ja, andauernd. Blödes Vieh da. Na, hopp. Sehr schön. Äh, ich hab einen. Du hast einen, sehr schön. Boah, Maximum. Dann geb's mal ab. Bin grad auf dem Weg. Okay. Das dauert grad. Ich bin echt gespannt, was es jetzt heute alles noch gibt. Mhm. Hab ne Kiste, hab ne Kiste. Okay. Das sieht so abgerannt. Oh, ich freu mich schon, wenn das Community Center wieder heil ist, ey. Oh, das sieht so viel schöner aus, einfach. Ja, was hast du denn eigentlich damals gemacht? Oder... Na? Also ich hab damals gesagt gehabt, dass wir mir aufs Maul hauen. Was? Süß so. Dann hat's dann von der Map gefetzt, den Penner. Was? Weil im Einspielschirm von mir hab ich mal den Yo-Yamart, äh... die Herrschaft übernehmen lassen. Bist du behindert? Ja. Ich merk's grad. Ja. Also ich will jetzt Sommer haben, ich geschlafen. Nein, Jimmy, halt unsere Tiere noch. Posi, denk nochmal an unsere Tiere. Lass mal Licht machen. Alter, wir können schon wieder fünf... Ja, dann brenn halt danach. Ja, ich soll doch dann zu meinen Dings gehen. Hast du überhaupt schon mit deiner Katze geknuddelt? Ja. Wie oft? Keine Ahnung. Stein und das da, das da, das da. Ich glaub, der Rest kommt weg. So. Ach, brauch noch Kohle, eins. So, jetzt brennt. Okay, komm. Oh, das war ja hinten aus, ne? Von dem, im, im Haus mag ich auch was. Ich bin im Bett. Was läuft heute im Fernsehen? Hast du geguckt? Keine Ahnung, ist mir egal. The Queen of Sauce. Omelette. Und das wird morgen schon gucken. Okay, ich bin behindert. Es ist, es ist einfach total unnütz dem Yo-Yamart beizutreten. Oh, warte mal. Chains for Double Harvest of Forage Items oder Woodrow 50% mehr? Was bringst du dir, wenn es 50% mehr wert ist? Nee, wirft mehr ab. Oh, nee, Broth? Heißt Wert, gell, ja? Broth? Broth? Broth heißt Wertpose hier, oder was? Ich bin es nicht. Bin mir nicht sicher. W-O-R-T-H. Warte, ich guck mal kurz. Muss ich kurz gedulden. Wir haben Übersetzer hier. Google. Jetzt hoppla, doch die App, Alter. So. Doch, Wert. Ach, scheiß drauf. Gatherer. Holz. Es ist doch mir egal, ob sie verkaufen können, weil es mir dann verrückt. Boah, es gab, ey, Alter, das gab fast 7.000 jetzt. Frost Day of Summer First Year. Juhu. Was hat da so viel gebracht? Ja gut, das haben wir ja. Ja, natürlich. Jo, läuft. Jetzt brauche ich Hilfe. Du siehst, ne? Ja gut, wir wollten ja sowieso. Alter, sieht's hier wieder aus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Glaub' ich. Kann man mal gucken. Eins, drei. Eins, zwei, drei. Das kann irgendwie nicht hinkommen. Was? Wenn ihr die drei wäre. Warte mal. Eins, zwei. Kannst du dir das Hilfs-Cash mir anzeigen lassen, ne? Ja, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also so, wie ich's gemacht hab, passt. Passt, passt. Der weiß noch, bis du rüber zu krähen. Das weiß ich auch noch. Nee, wir sind nach ganz ober durch, da hast du recht. Egal, sehen wir gleich. Kann auch sein, ich hab gar nichts zu viel gezählt. Hey. 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 Ach, nein. Gibt's eigentlich auch Farming-Punkte? Äh, glaub' ja. Äh, Tiere, guckst du dann danach? Ich geh dann mal rüber. Ich geh dann sowieso mit rüber. Wegen meiner, äh... Spitzhacke, ja. P-G-X, ja. Alter, meine Energie ist schon fast wieder weg, ne? Ja, meine auch. Ich hab mich ganz sicher, aber irgendwann aufgehört. Irgendwann ins Töre, ich hab' erreicht. Ah, fuck, jetzt hab ich nicht geknuddelt. Nein! Knuddel! Gut, ich lauf schon mal los, ne? Ja, ich komm nach... Äh, was brauch' ich denn dann? Geld haben wir ja noch drauf, die... Ey, was war'n mehr, ne? 5.000 oder sowas, ne? 5.000 kost's, ja. Ja, muss ich mal... Na gut, aber muss halt sein, ne? Aber mit 15.000 sollten eigentlich ausreichen, denke ich mal. Ja. Was machst'n du jetzt? Samen kaufen. Ja, dann war vielleicht erst mal, bis ich meine Sachen gekauft hab, oder? Okay. Ja, gut, ja, wird's doch reicher. Du hast ein Auge drauf, oder? Du hast ein Auge drauf. Ja, passt doch, 5.000 brauchst du doch nur. Ja, mein ich. Oh, scheiße, da hab ich mich sehr lange durchfühlt, wo... Aber das kann im Augenblick aus dem Haus rauskommen, das kann ich doch natürlich so... Oh, es gibt Eis, äh, ich kauf mal kurz ein Eis, um Energie aufzutanken. Alter, das gibt's denn jetzt noch nicht mal einer, du bist doch ein Sack. Nee. Posi, halt dich fest, ich hab'n Pufferfisch aus dem Mülleimer geholt. Was? Ja, ohne Scheiß, ich hab'n Pufferfisch aus dem Mülleimer. Okay, wo ist der Mülleimer, welcher? Äh, beim Schmied. Ein Pufferfisch aus dem Mülleimer! Den brauchen wir doch! Ich weiß! Ja, ähm, ja. Ja. Ich hab'ne Joja-Cola beim Bürgermeister. Ja, hab' ich auch, da hat er mich nicht erwischt. Posi, ich hab'n schon mal die Eisenbahre hoch. Pauauauau! Upgrade. Nein, erstmal Prozess-Giode. Und zerschlag' ich noch mal. Um Stein. Tomato Seeds kauf' ich noch ein paar, brauchen wir aber auch noch. Opaal. So, dann... ...eine Steel Pickaxe. Boah, da geht's Geld weg. Ich glaub' ich was zur Messe herkrieg. Beim Spiel hab' ich einen Iron Barren bekommen. Echt? Okay, ich schmeiß' den Pufferfisch in die Hand, in die Tausch-Truhe hinein. In die Tausch-Truhe? Bring doch hoch. Ja, in die weiße? Achso, ja. Ich mach' mich erstmal um die Farm jetzt. Oh, ich hab' noch einen Müsli-Riegel hier. Sehr schön. Seeds. Des. So. Tadaa. Boah, ich weiß noch, wo ich ewig lang gesessen hab, war ja dieser komische Fisch aus der Kanalisation, ey. Echt? Der Grüne? Ja, ich hab' den mit meiner zweiten oder dritten Angel versucht zu fangen. Okay. Er ist natürlich hart. Ganz dumm. Ja, na klar, Angeln hab' ich immer auf Hardcore gemacht, weißt du doch? Ja, ja. Jetzt mal ne Joya-Cola. Und dann die Birne kippen. Ja, ich hab' den Arsch. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, die unterste Reihe ist von Arsch. Scheisse. Aber ich hab' ihn zuviel gemacht. Tira ist ja gefüttert, hat's gesagt, ne? Die muss nicht gefüttert werden, ich hab's rausgelassen halt. Ach so, okay, dann passt's. Ich brauch' noch ein paar Seeds mehr, kannst du mir noch welche einkaufen? Ja, ich muss übersorgt, aber ich muss heute den ersten Dings hochgehen noch. Ach, ich kann nur so lang gießen, schade. Ich bin im Uferfisch, um, Uferfisch verkaufen. Verkaufen? Nein, du gehst, aber ich schon verkaufe. Nein, du bist schon, Jürgen, ich sage, du bist schon behindert, aber ich bin zuviel Lack und finde den im Scheiß Tricks Mülleimer. Ja, mehr Samen braucht man definitiv, da ist der Recht, äh, Marc. Formen? Ähm. Du kaufst, äh, Blueberries. Äh, hast du die schon Sachen für die Bundle? Ja, hab ich schon, alles. Okay. Das war bei speziell, ne? Ja, ja, Blueberries, kannst du her, komm, man kaufst schnell mal 50 Stück oder so. 50 Stück an Blueberries. Ähm, ja, ja, das den Haar. Äh, wobei, ja, mal 50. Ich kauf 50 Blueberries, ja, ist klar. Ja, wieso nicht? Problem, oder was? Ja, ja. Wie geht's denn hier, altes Haus? Blueberry Seeds. Ja. 50 Stück. Oh Gott, der Konto stand. Ja, aber es war doch klar. Mhm. Also überleg dir mal, wenn die Blueberries abgehen, ey. Ui. Ja, klar, die sind ein bisschen gebufft worden, äh, genervt, leider, aber gut. Ein bisschen, ja. Ja, aber mach mal ein ganzes Fell von dem Scheiß, Alter, da geht die Hölle. Ja, ne. Jetzt gehören die, äh, Cavey-Kur, ne? Ja. Liegen in der Cavey-Truhe. Okay. Oh, da sind ja noch zweimal, äh, da sind noch einmal Wilds-Heeds, die kannst du theoretisch auch noch mal, ne? Ja, können dich. Die kommen ja noch, sonst sind ja noch Tomate am Start und so weiter, von da her. Ja, bevor sie jetzt da rumliegen, ist ja... Ne, ne, passt, passt. Okay, ein paar Blueberries haben wir übrig. Du hast die Rare-Seeds noch nicht geplant, an dem besten Ort, wo Dünger ist. Ja, Dünger ist eh gerade kaputt. Ja, stimmt, wollte ich noch machen. Äh, äh. Ich kann nicht mal alles denken, aber dankeschön, für die Erinnerung auf jeden Fall. So. Da sieht mir langsam die Power aus. Brauchst du noch irgendwas auf der Farbe gemacht, oder was? Äh, ne, ich gieß gerade noch. Ah, ne, sieht doch nicht gut aus, könnte ich noch packen. Hatten wir einen Sandfisch schon? Ja, 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 ja. Das war ja eine recht einfache, sollte ich mich erinnern. Ja, ja, ja. Den Chub habe ich... Ja, morgen ist es schön, morgen geht's erst mal. Runa, ne? Runa an den Strand. Mhm. Ja, wenn du... Also, soweit du sagst, du willst pennen gehen, komme ich dann hoch, ich bin unten am Fluss. Ja, kann ich mir wohl, denke ich schon langsam loslaufen. die brauche jetzt gar nicht aus dem herbst pflanzen ganz hochgradige let's play hier was ich komme hoch und erreibt sich erst bei dem bauch ja klar mann wenn es auch mal herkommen ein bisschen was natürlich noch voll viel energie oder machen wir das feld hier sauber wieder aussieht du musst ja hier nie brennen und alles ja das ist ich muss das mal geld produzieren es geht nicht musste verstehen denn er glaubt holz ich suche holz und da kann ich auch nur die kleinen machen okay ich mache so ein kraut das fremd ist noch die tiere auf die doof kinder wenn sie bauchweh muss ein tierarzt kommen das dann sieht gut aus vorbei das muss weg da ist ein federmäuse in der höhle ich mag sie nicht mehr perfekt dann kommen wir bald ähm früchte ich habe schon zwei echt ok dann habe ich auch noch kurz würde ich dann einfach morgen beim community center vorbeibringen werden wir die brauchen gerne wahrscheinlich brauchen sie ich kann gleich mal nachgucken aber die meisten sachen hast du ja gebraucht ja eigentlich schon wohnen willst du das feld eingrenzen hier mit den bäumen ist eigentlich ziemlich offen ach so irgendwie da gibt es keine bestimmte grenze aber ja ja das kannst du lassen im grunde das ist wenn sie irgendwann überhanden er ist das ist das ist dann mit der zeit wenn alles soweit beaute ist und so das ist ja dann brauchen wir auf jeden fall schon da kann man eigentlich noch aber 30 tage der menschen kaufen müssen scheiße was denn für für dings damit er wächst und wer 28 tage oder sowas ja die waren ein bisschen länger die sachen da es fehlt uns nur noch gold such mal gold auch wissen eigentlich ich würde schlafen gehen nämlich deswegen ja ich habe gerade geguckt wild plum weißt du ob wir das für irgendwas gebraucht haben wild plum ich lege sie einfach mal in die fischtrue rein oder in die fischtrue rein ja leg mal rein ich gucke es mal gleich an hast du eigentlich wo sind die eier die mache ich immer zur mayonaise ach hast du schon verkauft ok ja glaub ich ja die brauchen wir sogar ich habe sie irgendwo gesehen ähnliche sachen überall nee das war's doch jetzt was nicht ja tomato hot pepper blueberry melon brauche was habe ich alles gepflanzt beim fall ist es vollband okay dann habe ich alles perfekt dann können wir schlafen gehen also du zuerst am besten beim fall bundel herbst bundel habe ich gerade guckt bei painterry oder wo ach so ja gut wild plum ja passt passt weil er schon katze knütteln jetzt kommen rein mann haben wir also die türen zugemacht ja ja ok lange schlafen so bin im bett du bist im bett posi auch warum ich nicht mehr blaubeeren pflanze äh weil mir die müssen auch noch gießen und wenn wir die gegossen bekommen dann ist es auch scheiße posi scheiße wir sind im arsch du siehst gleich warum warum guck einfach was du siehst gleich warum es ist eine böse zahl aufgetaucht ok ok i have got some new items in stock a deluxe fishing pole and some bait that you can attach to it you can use bait to make fish bite faster hope to see you soon willy was technofseptember was hä was ist dein problem was für eine böse zahl 666 was wir verdient haben du vogel ah alter füge dich mann das hat aber gebraucht bei dir du äh 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 äh